Kennen Sie die Kraft der Mischung aus Rizinusöl und Natron, zwei weitverbreitete Zutaten? Dies ist nicht nur ein Ammenmärchen. Es handelt sich um ein wirksames Naturheilmittel, das eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen behandeln kann, auch hartnäckige, die seit vielen Jahren bestehen. Wir werden die alten medizinischen Methoden erforschen, die mir meine Großmutter beigebracht hat, sowie die Vorteile der Verwendung dieser Kombination bei verschiedenen Gesundheitsproblemen. Lassen Sie uns untersuchen, wie dieses wirkungsvolle Naturheilmittel Ihnen helfen kann, ein angenehmeres und gesünderes Leben zu führen. Rizinusöl ist reich an Rizinolsäure und wird seit Jahrhunderten wegen seiner schmerzstillenden und entzündungshemmenden Eigenschaften geschätzt. Natron, Natrium Bisulfat, ist für seine Fähigkeit bekannt, Säuren zu neutralisieren, Schwellungen zu reduzieren und eine sanfte Abrasion zu bewirken. Diese beiden natürlichen Inhaltsstoffe können kombiniert werden, um ein wirksames Heilmittel für eine Vielzahl von Beschwerden, einschließlich Hautproblemen und Gelenkschmerzen zu schaffen. Lassen Sie uns untersuchen, wie Sie sich gegenseitig ergänzen und Ihre gegenseitigen Vorteile verstärken. Geben Sie so schnell wie möglich Sie erhalten ein Herz, wenn ich Ihren Kommentar lese. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, abonnieren Sie ihn bitte und klicken Sie auf Gefällt mir. Es dauert nur ein paar Sekunden und ist für den Kanal sehr hilfreich. Hinweis! Die Informationen in diesem Video wurden zu Bildungszwecken erstellt und ersetzen keine professionelle medizinische Beratung. Lassen Sie sich von einem Arzt beraten, bevor Sie wesentliche Änderungen an Ihrer Ernährung oder Routine vornehmen. Die Ergebnisse können individuell variieren und es gibt keine Garantien. 1. Reduziert Narben und Verfärbungen Rizinusöl dringt tief in die Haut ein und fördert die Kollagenproduktion. Dadurch können Narben und Verfärbungen reduziert werden. Diese Mischung kann in Kombination mit Natron, das ein sanftes Peeling bewirkt, dunkle Flecken, Dehnungsstreifen und Narben aufhellen. Meine Mutter hat seit ihrer Kindheit eine Narbe am rechten Bein. Nachdem sie diese Mischung fünf Wochen lang täglich angewendet hatte, bemerkte sie, dass die Narbe verblasste. Sie hat im Laufe der Jahre viele Mittel ausprobiert, aber nur dieses hat gewirkt. Sie können einen Teelöffel Natron mit einem Esslöffel Rizinusöl mischen. Reiben Sie es auf die Dehnungsstreifen oder Narben, lassen Sie es 20 bis 30 Minuten einwirken und spülen Sie es dann mit warmem Wasser ab. Wenn Sie es täglich anwenden, sollten Sie Ergebnisse sehen. Dies ist ein ziemlich erstaunliches Mittel. Kommentieren Sie, meine Haut verdient es gepflegt zu werden, wenn Sie dies ausprobieren möchten. 2. Rizinusöl ist eine großartige Möglichkeit, die Ölproduktion auszugleichen und Akne zu bekämpfen. Diese Mischung, die Backpulver enthält, pehlt und befreit die Poren. Sie zielt auf die drei Hauptursachen von Akne ab. Überschüssiges Öl, verstopfte Poren und Bakterien. Meine jüngere Schwester begann dieses Produkt zweimal pro Woche zur Behandlung ihres zu Akne neigenden Gesichts zu verwenden. Nach drei Wochen bemerkte sie, dass ihre Haut weniger fettig war und ihre Akneausbrüche zurückgegangen waren. Sie ist jetzt süchtig danach und verwendet es regelmäßig, um ihr Hautgleichgewicht zu erhalten. Es ist ganz einfach. Mischen Sie gleiche Teile Natron und Rizinusöl und tragen Sie es dann auf die zu Unreinheiten neigenden Stellen auf. Lassen Sie es 15 bis 20 Minuten einwirken und spülen Sie es dann mit warmem Wasser ab. Nach ein paar Wochen werden Sie feststellen, dass Ihre Haut weniger fettig ist. Kommentieren Sie, reine Haut, ich komme, wenn Sie dies vorhaben. 3. Natron und Rizinusöl sind beide gut für die Gesundheit von Haar und Kopfhaut. Das Natron entfernt abgestorbene Haut und überschüssiges Öl von der Kopfhaut. Diese Mischung wirkt gut bei Schuppen und juckender Kopfhaut. Meine Freundin litt jahrelang unter Schuppen. Nach vier Wochen hatte sie festgestellt, dass ihre Kopfhaut viel sauberer war und die Schuppenbildung deutlich zurückgegangen war. Sie war von den Ergebnissen begeistert. Mischen Sie einen Esslöffel Natron mit einem Esslöffel Rizinusöl und massieren Sie die Mischung in Ihre Kopfhaut ein. Lassen Sie sie 20 Minuten einwirken und spülen Sie sie dann gründlich aus. Dies kann helfen, Schuppen zu reduzieren und ein gesünderes Haarwachstum zu fördern. Kommentieren Sie, healthy hair days are ahead, wenn Sie dies vorhaben. 4. Natron und Rizinusöl unterstützen das Lymphsystem und die Entgiftung. Natron gleicht den pH-Wert aus. Diese Mischung kann auf Lymphknotenbereiche aufgetragen werden, um die Drainage zu verbessern und Schwellungen zu reduzieren. Meine Tante begann, die Mischung dreimal pro Woche in ihre Achselhöhlen und ihren Nacken zu massieren. Nach zwei Wochen fühlte sie sich energiegeladener und weniger aufgebläht. Sie betrachtet es jetzt als Teil ihres Selbstpflegerituals. Mischen Sie Rizinusöl mit Natron und massieren Sie die Mischung in die Bereiche ein, in denen sich Lymphknoten befinden. Dies können der Nacken, die Achselhöhlen oder die Leistengegend sein. Spülen Sie die Mischung nach 10 bis 15 Minuten ab. Diese Anwendung kann an einigen Tagen in der Woche durchgeführt werden, um die Entgiftung zu unterstützen. Sie wirkt wie ein Energieschub für Ihr Lymphsystem. Zeit für meinen natürlichen Entgiftungsschub. Wenn Sie dies vorhaben, lassen Sie es andere wissen. 5. Rizinusöl hat entzündungshemmende Eigenschaften, die Schwellungen reduzieren. Natron erhöht die Durchblutung und lässt das Öl tiefer in schmerzende Muskeln und Gelenke eindringen. Diese Mischung ist besonders hilfreich bei Arthritis und Schmerzen nach dem Sport. Mein Vater, der an Arthritis leidet, hat die Mischung zwei Wochen lang vor dem Schlafengehen auf seinen Knien angewendet. Er war überrascht, dass er morgens weniger steif war. Seitdem verwendet er diese Mischung als Teil seiner täglichen Routine. Mischen Sie zu gleichen Teilen Backpulver und Rizinusöl und massieren Sie die Mischung in die schmerzenden oder steifen Stellen ein. Legen Sie ein warmes Handtuch darauf und lassen Sie es 30 Minuten einwirken. Dies ist eine natürliche Methode, um schmerzende Stellen zu lindern. Sie können es jederzeit anwenden. Kommentieren Sie Schluss mit schmerzenden Gelenken, wenn Sie dies ausprobieren möchten. 6. Rizinusöl und Backpulver können auf Bereiche mit schlechter Durchblutung aufgetragen werden. Dies fördert die Durchblutung. Die Wärme des Rizinusöls und die pH-ausgleichende Wirkung des Natron helfen, Schwellungen zu reduzieren. Und Beschwerden. Eine Freundin, die einen Bürojob hat, bemerkte, dass ihre Hände und Beine oft kalt waren. Sie sagte, dass sie nach zweimal wöchentlichem Einmassieren der Mischung in ihre Füße und Hände einen großen Unterschied bemerkte. Nach der dritten Woche waren ihre Hände nicht mehr eisig und sie konnte den ganzen Tag über warm bleiben. Rizinusöl, gemischt mit Natron, kann zur Behandlung kalter Hände oder Füße verwendet werden. Massieren Sie die Mischung in die Haut an den Stellen ein, an denen Sie eine schlechte Durchblutung verspüren. Nach 15 bis 20 Minuten abspülen. Wenn Sie dies ein paar Tage pro Woche tun, kann dies dazu beitragen, dass Ihr Blut wieder fließt. Kommentieren Sie, warme Füße und Hände, hier bin ich, wenn Sie dies vorhaben. 7. Bekämpfung von Pilzinfektionen. Diese Mischung ist aufgrund ihrer antimikrobiellen Eigenschaften ideal zur Behandlung von Pilzinfektionen wie Fußpilz oder Nagelpilz. Diese Mischung zerstört die Schutzschichten der Pilze und schafft so eine ungünstige Umgebung. Mein Cousin, der Fußball spielt, hatte Fußpilz, der nicht verschwinden wollte. Nach sieben Tagen täglicher Anwendung waren die Rötung und der Juckreiz deutlich zurückgegangen. Die Infektion war in der zweiten Woche fast vollständig verschwunden. Es ist ganz einfach. Man mischt zu gleichen Teilen Backpulver und Rizinusöl. Am besten trägt man die Mischung auf die betroffene Stelle auf und lässt sie 20 bis 30 Minuten einwirken, bevor man sie abwäscht. Diesen Vorgang wiederholt man zweimal täglich, bis die Infektion abgeklungen ist. Diese Methode ist überraschend wirksam bei Nagelpilz oder Fußpilz. Wenn Sie es versuchen möchten, kommentieren Sie mit, ich bin bereit, diese Infektion für immer loszuwerden. 8. Insektenstiche und Hautirritationen können mit Natron gelindert werden Natron neutralisiert die Säuren, die den Juckreiz verursachen, während Rizinusöl Feuchtigkeit spendet. Diese Mischung eignet sich hervorragend zur Linderung von Insektenstichen. Diese Mischung hat bei einem Mückenstich, der meine Freundin verrückt machte, Wunder gewirkt. Nach nur 10 Minuten Einwirkzeit war der Juckreiz verschwunden. Sie sagte, dass es schneller wirkte als jede Creme, die sie in einem Geschäft ausprobiert hat. Mischen Sie etwas Natron und Rizinusöl, um einen Insektenstich loszuwerden. Am besten tragen Sie es direkt auf den Stich auf und lassen es 15 bis 20 Minuten einwirken, bevor Sie es abwaschen. Dies ist ideal, um Rötungen und Juckreiz zu lindern. Verwenden Sie es nach Bedarf. Vermerken Sie, keine juckenden Stiche mehr für mich, wenn Sie dies verwenden möchten. 9. Linderung von Verdauungsproblemen und Blähungen Natron reduziert Blähungen, indem es die Magensäure neutralisiert. Rizinusöl regt die Verdauung an. Sie sind ein wirksames, aber sanftes Mittel gegen Verdauungsbeschwerden. Sie hat dies zur Behandlung Ihres Magens verwendet, wenn sie Blähungen hatte. Sie sagte, dass sich Ihr Magen nach 30 Minuten besser anfühlte und weniger aufgebläht war. Sie verwendet es jetzt immer, wenn sie sich unwohl fühlt. Sie können diese Mischung äußerlich anwenden oder eine kleine Menge davon einnehmen. Bevor Sie jedoch ein Medikament einnehmen, sollten Sie immer Ihren Arzt konsultieren. Mischen Sie Rizinusöl mit Natron und reiben Sie es auf Ihren Bauch. Decken Sie es mit einem warmen Handtuch ab und lassen Sie es 30 Minuten einwirken. Dies kann helfen, Blähungen und Beschwerden im Verdauungssystem zu lindern. Kommentieren Sie, ein glücklicher Magen ist auf dem Weg, wenn Sie vorhaben, es auszuprobieren. Rizinusöl mit爆d بد